Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist soweit. Eins der revolutionärsten Elektrofahrzeuge unserer Zeit feiert seine Geburt. Der X-Bus. Und dieses Leichtfahrzeug wird unsere Mobilitätswende innovativ und nachhaltig beeinflussen. Doch bevor ich Ihnen mehr über dieses Konzept erzähle, steigen Sie mit mir ein. Wow, also es ist doch alles viel, viel größer, als ich gedacht habe und vor allem viel digitaler, als ich gedacht habe. Hier zum Beispiel dieses riesengroße Display. Alles ist vernetzt, alles ist digital. Und was mir besonders gut gefällt, sind hier die Schaltknöpfe. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, direkt hier am Langrad und so einfach zu handeln. Wunderbar. Ja, das Fahrercockpit, das haben Sie jetzt schon kennengelernt. Aber der X-Bus kann natürlich noch viel mehr. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, ist es ein wirklich innovatives Konzept. Das Fahrercockpit, das haben Sie immer, aber hier dürfen Sie vollkommen frei entscheiden. Bei unserer Variation hier haben wir jetzt einmal eine Sitzbank eingebaut. Und auch hier, wir sehen es, ich habe hier ganz viel Platz, auch in der hinteren Reihe. Ihr könnt sich den X-Bus nach Ihren Bedürfnissen individuell konfigurieren. Der X-Bus, der ist vier Meter lang, hat eine Reichweite von ungefähr 600 Kilometern und fährt bis zu 100 kmh schnell. Es gibt ihn in zwei verschiedenen Variationen. Das hier ist die Offroad-Variante und hier mit einer Ladefläche da hinten. Und die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Ich kann es wirklich ganz einfach elektronisch öffnen. Und das Tolle ist wirklich, ich kann mir das konfigurieren, wie ich es möchte. Zum Beispiel hier mit dieser Ladefläche, wenn ich zum Beispiel meine Surfbretter oder Fahrräder transportieren möchte. Oder aber auch für den Urlaub, wenn ich zum Beispiel das Fahrzeug als Camper nutzen möchte. Auch für die Arbeit ist es perfekt, denn ich kann mir hier einen riesengroßen Laderaum auch konfigurieren. Und wissen Sie, was das Beste ist? Sie können die Reichweite sogar noch verlängern, um bis zu 200 Kilometer, dank der Solarmodule hier oben auf dem Dach. Sie können sogar, je nach Aufbau, auch noch verschiedene Solarmodule hier an den Seiten verbauen lassen. Was wäre er, wenn ich ihn nicht mit meinen Liebsten teilen könnte? Ganz einfach via App nutzen und teilen, ganz ohne Schlüssel. Dieses Leichtfahrzeug zeigt für mich wirklich, dass das die Zukunftsklasse ist.